So, heute ist der erste Tag, an dem wir alleine zu Hause sind. Was für ein Sorgen lang. Das ist mein Blick nach oben. Soll ich das nicht mehr aufgeben. Ich komm mal mit nach oben. Das wird sich ziehen. Heute habe ich zwei in den guten Tag. Ich mach das bisschen waschen. Heute ist der Tag schon wie so. Einfach. Gut. Aber, wir verlieren das Positive nicht aus den Augen. Auch wenn man euch verfallen soll zumindest. Wir verlieren das Positive nicht aus den Augen. Ich kann alleine ins Bad gehen. Das klappt sogar super. Aber, ja. Auch die Kernerfolge muss man zu schätzen wissen. So, ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Mal in den nächsten fünf Wochen. Aber, die erste Woche von den sechs Wochen Hohestellen ist schon geschafft. Daumen nach oben. Ein Sechstel für die Mathe genießt unter euch. Ein Sechstel habe ich schon geschafft. So, und wenn ich das schon geschafft habe, dann schaffe ich das andere auch noch. Außerdem, sagen mir immer, meine Knochen wachsen schnell zusammen. Die wachsen schnell zusammen. Die wachsen schnell zusammen. Schell zusammen. Weil Mindset ist alles. Ja. Und dadurch, dass ja noch das ganze Komische, dadurch, dass meine Wunde noch so geschwollen ist, haben die Ärzte wirklich Sorge, dass die Nähte nicht richtig schön zusammenwachsen. Deswegen kann ich auch nicht arbeiten, weil mein Herz muss niedriger liegen als mein Bein. Das darf mindestens sein, dass die Ärzte. Das heißt, ich kann mich schnell hinsetzen, um was zu tippen oder so, ne? Ja, schon auch, gell? Aber, it is like, ob ich's mal. Ach so. Ich halte euch auf den Laufenden. Tschüss.